mein moin und willkommen zurück zu company of heroes so jetzt macht den doch mal heile vier so neben der letzten aufnahmen mal auf dass ich relativ wenig haben sagen bin bzw vier zu abgebrochen das versuche ich selbstverständlich mal auszubessern aber auch um ganz realistisch zu sein in company of heroes passiert immer recht viel man hat hier doch ziemlich viel zu tun entsprechend bin ich glaube ich häufig damit beschäftigt mich mehr zu konzentrieren nicht mehr zu konzentrieren als etwas zu sagen aber ich probiere das etwas ausgeglichener zu halten so habe ich eigentlich mein krokodil wenn man vom teufel spricht das ist dann fast wörtlich gemeint das machen wir mal so zurück 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 es gibt jetzt nicht so viel an gegnern da aber spricht ja nichts dagegen ein bisschen auszudämmen wo ist denn krokodil hätte ich gerne aber ich kann mich häufig so schlecht identifizieren ich glaube die stellung werden wir halten können ich bin zuversichtlich eine ranger kriegen hier ein bisschen was drauf und so fährt man deckung weg habe ich in der fahrschule gelernt irgendwo muss hier glaube ich noch ein ne hier sehe ich keinen mehr dann da haben wir unsere feindliche morderteam kommt mit ich hätte hier doch auch noch ein eigenes morderteam hier hin geschützt nein 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 zurück da drauf da drauf hier Wir mussten den Husten! Listen up Squad! We gotta move! Keep and move! Grapp han's got damage! Den Sherbet on the attack! Enemies Unit down! Kraken! Fakt! Was that!? Let's go! Listen up! Get him fixed! Taking damage! Kraken! Draken! Infantry Squad lost! Scheiß-Morter-Teams hier. Okay, das ist wichtiger, dass der T-Gun hier wegkommt. So, da kommen jetzt auch die Panzer nach. Und ich poliziere mir jetzt noch ganz frei, Ingenieure so viel wie ich kann. Die werden hier am meisten weggehen. Ja, dieses Hauptquartier, da steht nicht mehr lange. Thompson, SMGs, cool. Gerne kaputt machen. Mal hinten etwas Platz schaffen. Gibt es hier irgendwie noch ein Gebäude, was man so richtig einnehmen könnte? Ich würde jetzt also richtig... Das war in Generals, genau. Da gab es auch Feuerunterstützung von außen mit einem Schiff. So, was soll ich da? Platz machen hier. So, ich glaube hier... Können wir jetzt für Ruhe sorgen. Darum passiert nicht mehr so viel. Und ja, euch verheiz ich jetzt. Veteranen aus vorherigen Missionen, gut und schön. So, das wird glaube ich jetzt durch die Artillerie so langsam geregelt. Oh, wow. Tear'em to shreds, goddammit. Tear'em to shreds, goddammit. Just pointless any weapons. This is it. They've got nowhere to go. We've got them. They're between the devil and the deep blue seas. Target destroyed. Enemy infantry down. Tee. Hooah. Wooah. Hahaha. semblaily so. Alka. großartig? Huh? whoah. Wie ich hab? Alsáburs? 이쪽準? Nein, beneficji? these commence nach gearbox? Lass uns gehen. Sergeant Conti, HQ hat etwas Besonderes für uns. Wir gehen raus. So, die Mission, naja, eigentlich ging sie bis auf ein paar Szenen, wenn man sich mit dem Panzer zu sehr nach vorne traut. Eigentlich gegen A.T. Gans ist auch schon eine dumme Idee, aber es klappt halt. Es klappt. So, okay, dafür gab es die Medaille, dass wir den Hafen komplett gesichert haben. So, wunderbar. Damit sind wir, liebe Leute, und in der nächsten Mission mal sehen, was diese spezielle Sache, womit es da sich auf sich hat. Bis dann, Leute.